Hallo! Eigentlich möchte ich ja schon schlafen, aber das Buch Magie von Trudy Canavan, es ist einfach zu spannend. Es geht um die junge Tessia, die in dem Land Kyralia lebt und sich bald in dem Krieg mit Sarah K. befinden wird. Doch diesen Krieg muss es gewinnen, wenn es nicht versklavt werden will. Tessia muss jetzt lernen, ihre Kräfte schneller zu beherrschen, als jemals ein Novize vor ihr. Das Buch ist wirklich sehr gut und es lässt mich nicht schlafen. Doch ich muss. Also, bis dann.